Ich lerne Deutsch. Nummer 14469 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Selbstbewusstsein ist eine Eigenschaft, die sich im Laufe der Zeit durch bewusste Arbeit an sich selbst entwickeln kann. Ich trainiere dich, damit du das Beste aus dir machst. Das kannst du mir glauben. Ich trainiere dich, damit du das Beste aus dir machst. Das kannst du mir glauben. Ich trainiere dich, damit du das Beste aus dir machst. Freizeit kann genutzt werden, um sich ehrenamtlich zu engagieren und etwas für die Gemeinschaft zu tun. Das Ergebnis ist gleichbedeutend mit einem Sieg. Das Ergebnis ist gleichbedeutend mit einem Sieg. Betont, dass das Ergebnis denselben Wert oder dieselbe Bedeutung wie ein Sieg hat. Zu Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten essen wir gerne Kuchen. Zu Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten essen wir gerne Kuchen. Zu Geburtstagen und anderen Feierlichkeiten essen wir gerne Kuchen. Unsere qualitativen Ergebnisse können durch Fallstudien und thematische Analysen unterstützt werden. Unsere qualitativen Ergebnisse können durch Fallstudien und thematische Analysen unterstützt werden. Betont, dass die beschreibenden Ergebnisse durch tiefgehende Untersuchungen einzelner Fälle und Themen untermauert werden können. Ich kann online mit meinem Arzt kommunizieren. Das erspart mir den langen Weg in die Praxis. Ich kann online mit meinem Arzt kommunizieren. Das erspart mir den langen Weg in die Praxis. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Es geht noch ein 까 hurting. Ich komme mit meinem Arzt.